Haben die Maya ihre Menschenopfer geknebelt? Dass die Maya Menschen geopfert haben, ist lange bekannt. Die Opferungen konnten auf Pyramiden erfolgen oder aber in Höhlen. Jetzt haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die Opfer möglicherweise über einen längeren Zeitraum geknebelt waren. Herausgefunden haben dies Amy M. Chun, James E. Brady und Linda Scott Cummings. Die Ergebnisse ihrer Forschung haben sie im September im International Journal of Osteoarchaeology veröffentlicht. Ich möchte euch gerne berichten, was sie herausgefunden haben. 2006 hat man in Belize eine Höhle entdeckt. In dieser lagen die Knochen von über 100 Menschen. Schnell zeigte sich, das waren Menschenopfer. Auch wenn dieser Fund schon viele Jahre zurückliegt, nun haben die genannten Forscher etwas Neues herausgefunden. Sie haben die Zähne dieser Unglücklichen untersucht. Eigentlich war das Ziel, etwas über die Ernährung dieser Menschen herauszufinden. Aber im Zahnstein hat man blaue Baumwollfasern gefunden. Bekannt ist, dass Blau bei den Ritualen der Maya eine wichtige Farbe war. Das Maya-Blau ist ein Pigment, dessen Nutzung durch die Maya ab 800 nach Christus bekannt ist. Wir kennen es von Gemälden und Figuren. Auch weiß man, dass Menschenopfer blau angemalt worden sind. Den Maya gelang es durch ein ganz besonderes Verfahren, ihren blauen Farbstoff in einer sehr haltbaren Form herzustellen. Baumwollfasern mit diesem Blau hat man im Zahnstein der Opfer gefunden. Dass Fasern aus einem Knebel in den Zahnstein von Menschen eindringen, kann ich mir eigentlich nur durch einen Sachverhalt erklären. Die Menschen müssen über einen längeren Zeitraum geknebelt gewesen sein. Meine persönliche Meinung dazu ist, die Opfer mussten für eine längere Zeit vor ihrer Tötung schweigen. Ginge es nur darum, die Schreie zu unterdrücken vor und während der Opferung, dann hätte eine Knebelung eben auch in dieser kurzen Zeit gereicht, aber das hätte nicht ausgereicht, damit Fasern aus dem Knebel in den Zahnstein einwachsen. Wenn diese Menschen aber über einen längeren Zeitraum geknebelt waren, dann kann ich mir das nur so erklären, dass sie auch während dieser Zeit nicht sprechen oder andere Laute von sich geben durften. Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit. Unter diesem Video findet Ihr einen Link. Klickt drauf und Ihr kommt auf meinen Blog, in dem Ihr mehr Informationen über dieses Thema findet. Ich freue mich auf das nächste Mal.